Musik Ja, schönen guten Abend, 20.13 Uhr, ich bin bereits schon ein Stück unterwegs. Ich habe mir gedacht, nicht immer an der gleichen Stelle vloggen. Ja, wie gesagt, auf dem Weg zur Arbeit. Jetzt gerade rechnet es mal nicht. Ich habe vorhin gedacht, oh shit, da kommst du da klitschen nass auf der Arbeit an. Aber nein, jetzt gerade ist hier echt gut. Hier mal die aktuellen Daten beim Fahren. Mal die Kadenz aufmerken. Ich habe immer gedacht, ich fahre eine höhere Durchschnittskadenz, aber ist gar nicht so. Also das hat mir das Bike jetzt mal gezeigt. Naja, ich bin jetzt wieder oben am Kopf. Die letzte Nacht. Das heißt, ihr kriegt morgen ja quasi zwei Vlogs, weil ab morgen gehe ich wieder den normalen Tagesvlog-Rhythmus über. Zumindest versuche ich das. Nein, ich mache das. So, nicht versuchen. Man muss von diesen Versuchen weg. Ja gut, ich muss jetzt schalten, um wieder Gas zu geben. Ich sage mal, bis später. Ja, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Richtig, Nachtschicht vorbei. Ich habe jetzt drei Tage frei. Naja, im Endeffekt. Der heutige Tag ist kaputt. Aber nichtsdestotrotz, es wird gevloggt. Ja, heute wäre eigentlich so einer dieser Tage, obwohl das Wetter ist sehr ungemütlich. Wo ich abends dann nochmal eine Runde drehen würde. Aber aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen ist dieses Jahr verboten. Von daher muss ich mal schauen, was ich mache. Vielleicht drehe ich heute Abend eine Runde in meinem Lamborghini auf der Playstation. Mal schauen. Es ist saukalt. Hier stellenweise auch ein bisschen Frost am Boden. Aber, herrlich. Gut, meine lieben Leutchen. Ich sage mal, bis später. Ja, unter einem Grad ist schon kalt. So. Ich habe gesagt, ich melde mich nochmal. Wir haben es jetzt. So gut wie null Grad. Ich bewürchte, dass der Glehrer noch auf null umspringt. Um 6.52. Herrlich. Steigt aufs Bein. Macht was draus. Steigt auf her. Danke. Wo ist es nach dem Refuge?